Ja, so ist es da. Jetzt spielt diesmal Nocturne. Ein Nocturne? Ne, wir haben zwei Nocturne im Team. Zwei Nocturne, perfekt. Sehr gut. Also, kann man nicht arbeiten. Was ist für eine komische Brille? Das ist eine Phasenverschiebungsklarsichtbrille. Klarsicht ist extrem gut, weil dadurch siehst du mehr auf der Map als andere. Das ist extrem nice. Also zum Zocken, das ist extrem gut. Das heißt, ich habe jetzt mehr Vorteile als andere. Das ist ein bisschen... Das Ding ist, also es ist so ein bisschen so eine Grauzone. Eigentlich ist es nicht direkt erlaubt, aber es gibt halt auch keinen direkten, äh... Es gibt halt keine Möglichkeit von Riot, das zu kontrollieren, wer eine Klassichtbrille hat und wer nicht. Wir gehen in Lee Sin. Oh, ich muss schnell... Ich glaube, er hat mich noch nicht... Doch, er hat mich gesehen. Aber wir gehen trotzdem in Lee Sin. Ne, er hat mich nicht gesehen. Moin, Keule. Guten Tag. Guten Abend. Nein! Okay. Aber ich wollte ihm nur so ein bisschen das Gefühl geben, so, okay, er kommt noch weg. Und dann doch nicht. Das war alles. Ha! Ha! Stopp! Ja, okay. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Lol. Was? Was? Halt! Stand! Mach! Ja, hier, Blade. Ha, ha, ha! Ah, der Peiker, der hat mich richtig outplayed, Leute. Ha, ha! Der hat mich richtig weggenatzt, Alter. Tinten. Guckst du regelmäßig high elo-thalenswimmer? Nö, gar nicht. Sollte ich vielleicht mal machen, dadurch würde ich vielleicht noch ein bisschen besser werden. Aber, warum alles schwarz? Ähm, das muss ein Bug sein, das ist nur bei dir schwarz. Du musst mal gucken, ob du das fixen kannst. Ähm, es gibt ein Tool, also dieser Bug ist tatsächlich bei Twitch bekannt. Es gibt ein Tool, das heißt, unblack. Ja, unblack, macht ja auch Sinn. Black und dann unblack, also wegmachen. Äh, guck einfach mal bei Twitch nach unblack. Man muss das nämlich installieren und dann wird das Bild entschmerzt. Oh, Jinx, müssen wir noch. Jinx, wäre elektrisiert nicht besser gewesen? Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Jinx, oh, das ist perfekt, das ist so perfekt. Das muss einfach nur perfekt sein. Eigentlich müssen wir hier so ein bisschen rummalen. Oh, ich dachte, die fighten da jetzt. Okay, wir gehen über Umwege. Okay. Ah, schade. Ich dachte, ich kann hier unten jemanden catchen. Puh! Hahahaha! Ich hab nur eine Wege gemacht! Hach! Live auf Artigary, Alter! Banana, 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 Coco. Ultimate. Jetzt nur noch wegkommen. Sehr gut. Schön. Hab leider kein Kill bekommen. Muss hier, das ist noch dodgen. Passt. Ja, oh, wirklich? Wirklich jetzt? Och, Mann. Ich hab mich schon free gesehen. Muss hier, das ist noch dodgen. Welcome, Leute. Ich kann mich gerne ein Herzchen finden, der einen Postnamen haben, Leute. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Wie denkt ihr, Sir? So, 1,5 am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Ja, miau. Hallo, Raynone. Das ist halt, damit kannst du, das ist, da kannst du Leuten die Augen ausstechen. Das ist ein riesen Ding, also, Musik. Das kannst du abschrauben. Ist das jetzt normale Klick? Das ist normal. Dafür gibt es aber Adapter. Oder kann ich das jetzt so? Hahahaha! Oh mein Gudnes! Ich werde mich danach noch ein Video schneiden, mein Arme in ein Video schneiden. Dann muss ich auch schon los und deswegen war es auch zeitlich gar nicht drin. Also, es war nicht nur vergessen, auch zeitlich nicht drin, aber... Na, we, we, do it. Was für ein Auto fährst du, ich fähre rein, ne Pichurare Cessata. Wenn ich einen 10er donate, folgst du mir dann auf Winster? Für 10er würde ich das machen, glaube ich, ja. Ähm, du Rollenschlitzer. Ähm, Kate ist noch am Leben, das ist gut. Kate kann es carryen, Kate kann es carryen. Ich muss hier nur einen Charm auf den landen. Der hat gelandet. Dann können wir noch für den Kill gehen. Wunderschön. Richtig hart durchgechariert hier. Wir haben alles getroffen. Alles. Ah, also... Ich glaube, nach diesem Game, ich muss, glaube ich, langsam mal wieder ein bisschen, ähm... Ein bisschen mehr Serious werden. Also, das hier ist zwar an sich auch Serious Game. Flasspots rein, Leute. Flasspots sind drin. Q. Dickes Q. Noch ein Charm. Ich habe noch ein Charm. Der Charm, der sie alle Knechten wird. Knecht Charm. Marsch, Ken... Knecht Charm. Kann man jetzt drüber diskutieren, tatsächlich. Olaf ist leider zu tanky. Kane ist aber noch im Leben. Die Frage ist, ob er da wegkommt. Kane ist... Ah, Kane kommt da weg. Irgendwann werde ich komplett bei... Dance... Irgend so eine Dance-Dings mitmachen. Bei so einer Dance-Show. Super Talent. Dann werde ich da die Krake tanzen. Die Welle. Die Krakenwelle. Boah, ich habe aber Muskelkater, Alter. Uiuiui. Und man kann auch zwischendurch dann noch den Scheibenwischer machen. Da, 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 da. Turn around. Oh, das ist die angehaltene Welle immer so. Das sieht man nicht ganz, weil ich immer hier halb aus dem Bild rausbringe. Und dann rückwärts. Alter, das ist der übelste Dance, Leute. Du kannst halt, du kannst halt die Welle machen. Du kannst ja auch unendlich machen. Und dann kannst du einfach mal rückwärts machen, so ein Step. Okay, ich kann es selber noch nicht. Ich muss üben, Leute. Ich muss nur noch üben. Ich muss nur üben. Das ist halt irgendwann übelste... Naja, du kannst halt einfach alles in jede Richtung. Du kannst sogar die... Boah, das ist auch schwer, Leute. Holy shit. Das ist fügelschwer. Da, äh, wird hier schon gepinkt, was ist hier los? Oh, es geht schon los. Okay, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Auf geht's, auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Let's go, boys. Ein Schuss, ein Schrei. Das war Karl May. Oh, hey, du Süßer. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht es gut. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Viel Liebe für dich. Und viel Liebe auch durch den Chat, bitte. Jetzt, Herztropfen. Das hier ist das... Was ist das für ein Herz, Leute? Mit dem Dreieck oben drüber? Ist das ein Illuminatenherz? Und... Hey, Leute. Ich hab das. I got this, Leute. Ich zeig euch jetzt, wie ich das gotte. Wir machen jetzt mal so einen Sidestep. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir so. Die Gnade ist drauf. Also, es war eigentlich gut, aber... Oh, lol. Ach, ist okay. Aber der Flash war einfach, um es auszugleichen, damit es fair ist. Ich wollte dir nochmal zeigen, hey, ich hab dich ohne Flash gekillt, quasi. Äh... Das ist ja free. Rise ist ja broken. Guys, I got this. Trust me. Never Dying Tower. Ich würde jetzt gerne hier den Tower holen. Das wäre meins. Diese Runde, auch wenn die Stats eher 3-4 sind, war bisher aber echt okay, hätte ich gesagt. Was? Das hab ich doch geblockt, Leute, oder nicht? Oh, man. Hä? Hab ich... Stopp mal, hab ich sein Randziehen nicht geblockt? Riot! Gute Arbeit, Jungs! Ihr habt das doch nach hinten gemacht, oder nicht? Ähm... Leute, ich hab jetzt grad zwei Charms... Drei Charms insgesamt getroffen. Drei. Drei Stück waren's. Einen auf... Brent. Einen auf Renekon. Und einen auf Kha'Zix. Drei, Leute. Bitte anrechnen. Bitte anrechnen. Der zählt nicht. Der war wirklich... Gehen wir gleich noch da hinterher. Oh, was? Stundenlass, wirklich? Die töte ich auch noch, Alter. Die töte ich auch noch, Alter. Alter, die hat jetzt 20 Mal gesagt, dieses selbe Scheiß, die ich schon wieder vergessen hab. Zum Glück. Spielend einfach. Ein Linienflug mit Pennern zu dem Preis. Ist doch lächerlich. Bestimmt ist da ein Haken dran. Wahrscheinlich muss man unterwegs das Cockpit feucht aufwischen oder so. Und vom PC hocken, ja. Hocken und zocken. Femina-Slip-Einlagen. Der neue, zarte Wäscheschutz für jeden Tag. Tina, uh. 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 Mode, die man tragen kann. Das ist ja mal was, Leute. Mode, die man tragen kann. Nice. GG. Tina-Tag. Tina-Tag. Morgen, Tina. Morgen, Tina. Morgen, Leute. Merci, alle in einer. Fünf kostbare Schokoladenspezialitäten in einer Packung. 16 Riegel einzeln verpackt. Fünf in einer Packung. Heutzutage sind da 30 Stück drin oder so. Ich hab was Neues fürs WC. Die Flasche mit dem tollen Dreh. WC-Frisch Sprühpulver. WC-Frisch Sprühpulver. Sprüht nicht nur an die Beckenwand. Wir sind's Toast geklaut. Der Hundi. Nur dumme Leute lachen oder so. Dann bin ich ja so dumm. Ja, later. Ich finde das lustig. Wenn ich mal weg bin. Der Hundi. Das ist schlecht, alter. Was ist das? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Ich hab's gegenseitig genug gehabt. Really? Jetzt kommt Z gleich noch dazu. Muss übel aufpassen. Da ist er an der Weg. Aber wir haben irgendwie kein Damage oder was. Oh ne Latiane. Ah, heiß, 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 heiß. Oh! 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 Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Oh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.